Sie sehen jetzt auch Lachmöhe. Die sind jetzt hier. Das sind eigentlich die Lachmöhe, die nicht mehr platzten können auf der Insel zu brüten. Und die sind jetzt hier. Ein paar probieren zu brüten und die anderen müssen es hier. Der Grote Grossmöhe hat jetzt hier gerade eingeflügt und vor dem Hoflandritten landet ist. Der Flisch mit dem Mittelmeermöhe. Der Flisch mit dem Mittelmeermöhe hat jetzt ein weiss Wangenwannes. Die gibt es eigentlich nicht bei uns. Also das muss fast ein Wangenstaatsflüchtig sein. Und jetzt höchstens was nicht da drin. Wir sind viel weiter im Hofland. Richtig, wie denn so ein Mann, die da ausgesetzt sind, sozusagen? Ja, die ist jetzt nicht schon gedacht. Und das ist jetzt mit zwei Stoffe entstanden. Also das ist ja in der Lchen gloves. Ich glaube, wir sind drauf im Hofland. Also das ist ja in der downs und das ist ja in der Lchenvi, der das ist ja so ein Mann. Wie geht es hier? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also das ist ja so ein Municipal. Ich glaube, ich habe immer noch ein, das ist ja so's, ja, so's, ja. Vielen Dank.